Hallo, kennt ihr das auch? Ihr wollt Nüsse knacken, aber dabei auch schauen, YouTube schauen, da habe ich eine Lösung für euch. Und alles was ihr braucht ist ungefähr einmal den gleichen USB-Adapter für die Steckdose. Wir stellen sie so hin, wie im Video. Jetzt nehmen wir unser Handy und klemmen es dazwischen. Schon haben wir eine praktische, gute Handyhalterung. Dabei können wir jetzt in Ruhe Musik knacken. Super. 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 Vielen Dank.